Nach dem von den USA verkündeten Importstopp für russisches Öl und Gas steht auch Deutschlands Sanktionsbereitschaft, sprich Leidensfähigkeit, auf dem Prüfstand. In den USA deckt russisches Öl nur 7 Prozent des Bedarfs, aber es gibt Verständnis für die deutsche Situation. Deutschland ist ein Ölimportland. Die russischen Importer machen 35 Prozent aus. Sie haben mir im Gespräch gesagt, dass wir das weder verlangen noch fordern werden, dass Deutschland das Gleiche tut. Trotzdem sucht auch die deutsche Regierung nach Wegen, den Sanktionsdruck zu steigern und zugleich die Abhängigkeit von russischer Energie zu reduzieren, ohne dass die Spritpreise ins Astronomische steigen. Schon jetzt sind die Preise an den Tankstellen so hoch, dass Forderungen nach Entlastungen der Verbraucher laut werden, zum Beispiel durch Senkung der Mineralölsteuer. Die spannende Frage wird sein, ob der Weltmarkt mal nachzieht und beispielsweise die OPEC ihre Fördermengen erhöht. Das wäre jetzt tatsächlich ein Beitrag zur Entlastung. Der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck beklagte die Abhängigkeit von Russland, über die man sich über viele Jahre hinein manövriert habe. Andererseits sieht man auch die Gelegenheit, mittelfristig die Energiewende durch diesen erzwungenen Ausstieg aus dem Öl zu beschleunigen.